. Hallo Herr Dieckmann. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Award. Dankeschön, Sie laufen nicht so ganz dicht dran. Ja, ich merke, ich mache das zum ersten Mal. Also, mein Name ist Spießer Alphons, ich arbeite für Horizont. Ah! Und ich habe ersten herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Preis. Und meine Frage ist, lesen Sie denn die Kolumne von Franz Josef Wagner? Die Kolumne von Franz Josef Wagner lese ich täglich. Was sagen Sie denn dazu, dass Franz Josef Wagner sein letztes Weihnachtsgeld für arme Babys in Afrika spenden wollte? Hat er das immer noch nicht getan? Mir ist nichts bekannt, ich habe ihn mehrfach aufgefordert, zumal auch Philipp Lahm die gleiche Summe spenden wollte. Ja, hat in Philipp Lahm die gleiche Summe gespendet. Das kann er ja nur, wenn Franz Josef Wagner zuerst spendet, sonst weiß er ja nicht, wieviel er spenden muss. Da hat Franz Josef mich eh immer haltlos beschimpft, bei meinem letzten Besuch eh, bin ich der Meinung, das müssen wir nachhalten, Franz Josef muss zahlen. Ich als Bildleser fordere es. Ich werde dafür sorgen, dass Franz Josef zahlt. Toll. Ja. Haben Sie es alle gehört? Ich habe hier Zeugen, ja?